Wir werden am Wochenende wieder Demonstrationen im Gerätenhaar im Reichstag überweisen der Kunde, wo sie demonstrieren. Wir werden alles daran setzen, dass die Bilder vom letzten Jahr sich nicht wiederholen. Dass das ja alles nicht so furchtbar sei oder was auch immer, dann kann ich immer nur sagen, es gibt immer noch eine Pflegestation oder irgendwann Menschen, deren Angehörige verstorben sind. Oder die nicht, oder die auch erkrankt waren seit Monaten nach dem Volk dieser Gemeinde. Das ist ja auch nicht so, dass wenn man die Heilung ist, dass man die psychologische Normale besteht. Aber wir sind noch nicht über mich.